Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mercedo und heute habe ich eine neue Folge von Combat Arms für euch. Bernd Bender, ja der Typ heißt wirklich so, hat mir nämlich eine Ausrüstung vorgeschlagen und die beinhaltet die AR-160, Desert Eagle und dann noch ein bisschen was anderes und zwar Medkit und Devi natürlich, so wie sie es gehört. Die Ausrüstung fand ich jetzt ganz cool, einfach aus dem Grund, weil ich die AR-160 selber gerne spiele und sie fast schon ein bisschen unterschätzt finde, das heißt irgendwie sehe ich sie nicht so oft auf dem Battlefield. Auf der AR-160 soll dann noch folgende Ausrüstung drauf sein, Coyote-Visier, Mündungsfeuerdämpfer und Klappgriff, also eigentlich kein Laser, den habe ich jetzt aber trotzdem mal dabei, einfach weil er irgendwie für mich dazu gehört, auch wenn er eigentlich aus ist. An der Ausrüstung habe ich also absolut nichts zu beanstanden, die gefällt mir sehr gut. Allgemein muss ich echt sagen, dass mir die Waffe sehr angenehm aufgefallen ist, das heißt sie ist jetzt keine der Waffen, wo man sagt, boah die ist ja geil, aber sie ist angenehm. Die Nachteile der Waffe sind aber spätestens auf kleineren Distanzen auch sehr stark zu spüren. Sie hat halt keine allzu hohe Feuerrate und das ist schon teilweise ein bisschen nervig. Allgemein hat es dann aber sehr viel Spaß gemacht, auf mittleren Distanzen damit unterwegs zu sein, denn da glänzt die Waffe enorm. Der Rückstoß ist sehr gut zu kontrollieren und auch die Kugelstreuung ist nicht allzu hoch. Das heißt im Prinzip ist sie in etwa wie so eine L85A2 aus Battlefield 3, sofern ich mich jetzt recht erinnere. Ich glaube nämlich, die war nämlich sehr nah dran. Nicht so toll bei der AR-160 ist aber leider, dass sie keine allzu hohe Feuerrate hat, wie schon davor erwähnt. Das ist gut und schlecht zur gleichen Zeit. Zum einen wird die Waffe natürlich einfacher zu kontrollieren, aber wenn man dann doch mal auf kleineren Distanzen im Einsatz ist, bringt sie halt leider nicht die nötige Mannstopp-Power. Wenn man also mit so einer Waffe auf Operation Locker unterwegs ist, dann kann das schon wirklich sehr schwierig sein, Zweikämpfe zu gewinnen. Vor allem, wenn dann eure Gegner schnell feuernde Waffen wie zum Beispiel die AEK oder die ACE-23 dabei haben. Als Zweitwaffe haben wir aber auf jeden Fall jetzt noch die Desert Eagle dabei. Obendrauf noch den Mündungsfeuerdämpfer und den typischen Laser. Das Problem, das ich damit hatte, also mit der Desert Eagle, war eigentlich jetzt nur eins. Ich habe die Desert Eagle fast nicht benutzt. Und als ich sie benutzt habe, war das eigentlich nur, weil ich mich selber daran erinnern musste, dass ich sie ja dabei habe. Ansonsten hat die AR-160 völlig ausgereicht und ehrlich gesagt habe ich die Nachladezeit dann lieber damit überbrücken können, dass ich irgendwie in Deckung gehe, als die Deagle rauszuholen, die man in der Bewegung kaum gezielt abfeuern kann. Also ja, die Deagle ist natürlich geil, ne? Die ist halt eine Deagle, klar. Aber in diesem Fall finde ich sie nicht so passend. Ich würde sie also nur benutzen, wenn jemand vor mir steht und ich keine Munition mehr für die eigentliche Waffe habe, aber wann passiert das denn schon, dass man wirklich genug Zeit dafür hat? Naja, also auf jeden Fall habe ich die Desert Eagle am Ende nicht wirklich viel benutzt, aber sie ist halt dabei und wenn man sie benutzt, ist sie ganz cool. Vielleicht wäre die Compact 45 die bessere Wahl gewesen. Die teilt immer noch viel Schaden aus. Natürlich nicht so viel wie die Desert Eagle, ist natürlich vollkommen klar. Aber immerhin kann man damit schneller schießen, was gerade für Spieler mit nicht so gutem Zielvermögen in hektischen Situationen gut ist. Also eben für mich zum Beispiel. Die Compact 45 würde ich aber auch noch aus einem anderen Grund bevorzugen. Und zwar, weil ich immer gerne versuche, Ausrüstungen irgendwie gleichermaßen auszubalancieren. Also so, dass sie gleichermaßen gut auf kleineren und größeren Distanzen sind. Mit der AR 160 hat man jetzt ja also schon, generell gesagt, eine Waffe, die auf längeren Distanzen besser als auf kürzeren ist. Warum sollte ich jetzt also nochmal eine Waffe nehmen, die auf kürzeren Distanzen ihre Schwächen hat, so wie eben die Desert Eagle mit ihrer recht hohen Streuung, wenn man in Bewegung schießt? Natürlich kommt das jetzt ganz auf den Spieler an, der hinter der Desert Eagle steht, aber für mich hat sie auf kleineren Distanzen einfach nicht den Reiz. Weil ich erstens nicht immer so gut in hektischen Situationen ziele und zweitens die Streuung in der Bewegung dann bei manchen Treffern, die ich eigentlich vielleicht sogar gelandet hätte, dazwischen kommt und das Ganze zunichte macht. Im Grunde hat mir die Ausrüstung aber schon wirklich viel Spaß gemacht, einfach weil die AR 160 eben dabei ist. Wer sich damit nicht immer direkt ins Getümmel wirft, sondern auch mal ein bisschen weiter wegstehen möchte, der kann auch auf ein bisschen längeren Distanzen, also verglichen zu vielen anderen Waffen eben, gut Schaden raushauen. Raushauen könnt ihr jetzt aber auch eure Vorschläge für die nächste Folge vom Combat Arms. Auf Wunsch und als Testversuch weise ich aktuell nur noch am Ende der Videos auf G2i hin. Also schaut mal rein, vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Wenn in diesem Video auch was für euch dabei gewesen ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.